Heute ist der 7. Dezember. Hier ist wieder Axis Whatsapp-Arenz-Kalender. Schauen wir doch gleich mal ins heutige Tür hinein. Oh, ein Krippenschnitzenmesser. Das braucht ihr, um eine Krippe zu schnitzen. Wenn ihr noch keine habt, solltet ihr langsam damit anfangen. Ich habe ja auch schon damit begonnen. Das wird ein Hirte, der sich am Feuer wärmt. Also, viel Spaß damit!